Von 3. bis 5. Mai findet das traditionelle Brauereifest bei der Brauerei Vornburg in Bludens statt. Sabine Treimel berichtet über die Highlights des heurigen Programms. Die Highlights sind sicher heuer die Krönung der zweiten Vorarlberger Bierkündigung, die wir heute Abend schon haben werden. Morgen das Aufstellen des Maibaumes zum ersten Mal hier in Bludens, dass es einen Maibaum gibt. Eine Tradition, die zu einer Brauerei passt, die wir hier nach Vorarlberg bringen möchten und hier vor allem in Bludens festlegen möchten. Und am Sonntag natürlich das Highlight wieder mit dem Frühschoppen. Wir sind für alles gewappnet. Wir haben das große Festzelt in Brauerei aufgestellt. Tagsüber und Abend natürlich. Also Kinderbereich eigentlich unter Dach. Ich denke also, dass das Wetter der Festlaune und der Bierlaune keinen Strich durch die Rechnung machen wird. Und vielleicht hat der Wettergott ein bisschen Erbarmen mit uns und hält das schöne Wetter, wie wir es jetzt haben bis zum Sonntagabend.